Ein königlicher Experte, Richard Eden, behauptete, er unterstütze die Entscheidung des Königs und erklärte, wie der Herzog und die Herzogin von Sussex Druck auf ihn ausgeübt hätten. König Charles hat sich berichtend zufolge geweigert, gegen die emotionale Erpressung von Prinz Harry nachzugeben der ständige Versuch des Herzogs und der Herzogin von Sussex, ihre Kinder gegen die königliche Familie aufzubringen. In einem aktuellen Bericht wurde behauptet, dass König Charles seinen Freunden gesagt habe, dass er «nicht emotional sein wird» von seinem eigenen Sohn erpresst. Die Entwicklung findet inmitten von Omid Scobys jüngstem kontroversen Buch, Endgame, statt, in dessen niederländischer Fassung versehentlich die beiden Namen der mutmaßlichen, königlichen Rassisten, veröffentlicht wurden. Als er nun die Haltung von König Charles besprach, behauptete der königliche Experte Richard Eden, dass er die Entscheidung des Königs unterstütze und erklärte, wie der Herzog und die Herzogin von Sussex Druck auf ihn ausgeübt hätten. Er sagte bei Males Palace Confidential, die HL vor der Zeitung war «emotionale Erpressung», und das ist ein Ausdruck, den König Charles laut dieser Zeitung gegenüber seinen Freunden verwendet hat, um sich auf die Art und Weise zu beziehen, und Meghan lassen ihn scheitern. Harry. Obwohl es nicht ganz klar war, glaube ich, dass es sich um eine Anspielung auf Omid Scobys umstrittenes Buch, Endgame, und die versehentliche Benennung der Royals wegen Rassismus handelte.